Wir hatten auch noch das über die Schulter weglaufen hier zu dem KAB. Heus mit Sprung, 7,60 km und 0,8 km und 0,8 km und 0,3 km für Zeit für Band 6,8 km. Und damit begrüßen wir Stephanie Paul vom Reitenfahrt Rhein-Altus-Ried mit Serapina, eine oldenburgisch gezogene Studie von Quite Magic aus einem Wood of a Lark Institute, gezogen von Catherine Seiler. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.